Herr Präsident! Kolleginnen und Kollegen! Tausende Studierende warten auf eine BAföG-Erhöhung. Tausende warten, dass sie endlich BAföG beziehen können oder warten und hoffen, dass sie nicht aus der Förderung rausfallen. Tausende warten, dass sie die Mieten in den Unistädten besser bezahlen können. Zahllose Schulen warten darauf, saniert zu werden. Eltern warten auf Kita-Plätze. Und auf Ganztagsschulen und Lehrerinnen und Lehrer warten auf kleinere Klassen. Und was macht die Große Koalition? Statt einer schnellen, statt einer unkomplizierten Lösung feilt sie an einem Deal aus BAföG-Novellierung und Neuregelung des Kooperationsverbots und löst am Ende keins der beiden Probleme. Die Studierenden warten jetzt noch mal zwei Jahre, bis die BAföG-Erhöhung dann endlich mal wirksam wird. Und kein einziges Problem in keinem einzigen Bildungsbereich ist wirklich und grundsätzlich angepackt und gelöst. Was die Bundesregierung hier macht, ist gerade mal ein bisschen Schadensbegrenzung von dem Schaden, den sie selbst angerichtet hat. Vor acht Jahren haben sie sich als damalige Große Koalition selbst die Steine in den Weg gelegt, die sie jetzt daran hindern, aktiv zu werden. Denn seit der Föderalismusreform von 2006 darf der Bund in der Finanzierung von Bildung nicht mehr mithelfen. Bildung wurde damals in die alleinige Zuständigkeit der Länder übergeben. Und gerade mal im Wissenschaftsbereich blieb gerade mal die Möglichkeit, zeitlich beschränkt einzelne Projekte zu fördern. Und mit der Föderalismusreform 2 haben Union und SPD dann noch eins draufgesetzt auf den Quatsch mit dem Kooperationsverbot, das ja übrigens schon alleine als Wortschöpfung eigentlich eine Nominierung als Unwort des Jahres verdient gehabt hätte. Mit der Föderalismusreform 2 haben sie den Wettbewerb dann noch weiter verschärft, haben nach einem Jahrzehnt Steuersenkungen für Reiche auch noch die Schuldenbremse eingeführt, die den Ländern jetzt die Luft zum Atmen raubt. Und die Folgen dieser Politik kann jeder ganz genau betrachten. Bildung wird kaputtgespart. An Hochschulen werden Fächer und Institute weggestrichen. Mensaessen und Wohnheimmieten werden erhöht. Gebäude verfallen. Die Situation des Lehrpersonals wird immer prekärer. Ja, und jetzt liegt hier ein neues Paket vor, das Abhilfe schaffen soll. Der Bund übernimmt die komplette Finanzierung des BAföG. Im Gegenzug sollen die Länder der Lockerung des Kooperationsverbotes zustimmen und die frei werdenden Mittel, die dadurch entstehen, dass der Bund das BAföG übernimmt, die sollen die Länder in die Hochschulen stecken, hat ja auch Frau Wanker gerade ausgeführt. Soweit die Planungen der Großen Koalition. Ja, man denkt zuerst, wenigstens wurden jetzt mal die richtigen Stellschrauben angepackt. Das denkt man zuerst. Aber dann schaut man sich das ganze Konstrukt genauer an und dann stellt man fest, dass Schwarz-Rot, also wenn es hochkommt, die Stellschrauben vielleicht mal lockert, aber sicherlich nicht wirklich dreht. Sie weigern sich doch, an die grundsätzlichen Probleme ranzugehen, an die strukturellen Fehlkonstruktionen, an die chronische Unterfinanzierung. Da gehen Sie nicht ran. Das, was die Koalition hier als Meilenstein zu feiern versucht, ist in Wirklichkeit die Fortsetzung einer kurzatmigen und auch einer planlosen Politik, leider eben mit gravierenden Folgen für Schülerinnen und Schüler, für Eltern, für Studierende. Und das ist das Verheerende an der Situation. Kommen wir doch mal zu den Details. Die Länder sollen jetzt durch die Übernahme der BAföG-Kosten durch den Bund mehr Mittel zur Verfügung haben und sie in die Hochschulen stecken. Aber die Länder setzen die Gelder doch gar nicht so ein, wie es von ihnen geplant wurde. In fast allen Bundesländern, die Angaben zur Verwendung der Gelder gemacht haben, liegen die Beträge, die jetzt zusätzlich in die Bildung gehen sollen, eben niedriger, als es von der Bundesregierung angekündigt wurde. Offensichtlich wird ein Teil der Gelder schlicht dazu verwandt, um die Klammen Länderhaushalte zu sanieren. Und einige Bundesländer setzen selbst andere Prioritäten als von der Regierung gewollt. Niedersachsen will jetzt die Gelder lieber in den Kita-Ausbau stecken und Schleswig-Holstein lieber in die Schulen. Und jetzt ist der Aufschrei bei den Hochschulen verständlicherweise groß, denn die finanzielle Not ist angesichts steigender Studierendenzahlen und jahrelanger Unterfinanzierung groß. Der Präsident des Deutschen Hochschulverbands, Professor Kempen, nannte die Tatsache, dass die Gelder nun wohl zu einem großen Teil eben nicht bei den Hochschulen ankommen werden, schlicht eine Schweinerei. Und ich kann seine Wut verstehen. Ich kann die Wut verstehen, denn die Koalition hat da Erwartungen geweckt, die sie jetzt gar nicht einhalten kann. Und es ist doch einfach dilettantisch, wenn die Bundesregierung dann auf meine Nachfrage, welche Ländervertreter eigentlich bei dieser Vereinbarung beteiligt waren, antworten muss, dass bis auf den ersten Bürgermeister von Hamburg überhaupt keine Ländervertreter mit am Tisch saßen, sondern dass diese Vereinbarung einzig durch die Koalitionsspitzen im Bund verabredet wurde. Das muss man erst mal hinkriegen, eine Vereinbarung mit den Ländern zu verkünden, an der die Länder nicht beteiligt waren, und sich dann aber ganz empört zu zeigen, dass die Länder einfach Dinge anders entscheiden, als die Große Koalition sich das ausgedacht hatte. Aber mal ganz ehrlich, was ist das eigentlich im Kern für eine traurige Debatte, die wir hier führen müssen? Eine Debatte, in der sich Bundespolitiker mit Landespolitikern darüber streiten, was nun wichtiger ist und wohin das Geld gehen soll. In die frühkindliche Bildung, in die Kitas oder zu den Studierenden in die Unis, in gute Schulen oder in gute Arbeitsbedingungen in der Wissenschaft. so ein Gegeneinander ausspielen von Bildung, ist unerträglich. Und wie muss so eine Diskussion bei den Menschen ankommen? Da rügt der Bund die Länder, weil Geld in Schulen investiert wird. Da werde ich als Hochschulpolitikerin in Interviews gefragt, wie schlimm man es findet, wenn Kita-Plätze statt Studienplätze geschaffen werden. Was ist das für eine Frage? Natürlich will man beides. Gute Studienbedingungen an den Unis, genauso wie ich möchte, dass Kitas und Schulen gute Bedingungen haben. Ich finde es armselig, wie diese Regierung hier eine Situation konstruiert hat, in der man sich vor lauter schlecht gemachter Politik entscheiden muss, ob die Bildung der Dreijährigen oder die der Neunzehnjährigen Vorrang hat. Und dabei wäre die Lösung denkbar einfach. Wenn wir dieses absurde Verbot, dass Bund und Länder in der Bildung zusammenarbeiten, dürfen endlich komplett, komplett abschaffen würden, hätte sich das Problem erledigt. Der Bund muss die Möglichkeit haben, Bildung direkt zu finanzieren. Dann bräuchte es kein Falschen um Prioritäten und um Zuständigkeiten. Dann bräuchte es keine Deals. Und Frau Wanker müsste im Übrigen auch nicht ständig große Ankündigungen machen, für deren Umsetzung sie dann aber gar nicht zuständig ist. Der Bund hätte schlicht und ergreifend Verantwortung. Und Frau Wanker, ich frage mich auch, ob Sie sich Ihre oft wiederholte Aussage, wie sehr Sie die Länder finanziell entlasten, eigentlich noch selbst glauben. Jetzt ist Ihnen offenbar übers Wochenende der nächste Einfall gekommen. Und Sie fordern, die Länder müssten sich an den DFG-Programmpauschalen beteiligen, sonst stünde gar der Hochschulpakt zur Disposition. Aber die BAföG-Gelder werden doch auch nicht mehr, weil man oft über sie redet. Was Sie da machen, ist nichts anderes, als die Substanz der Hochschulen noch weiter anzugreifen und mit den Perspektiven der jungen Menschen zu spielen. Was die Bundesregierung hier mit ihrem Paket auf den Tisch legt, ist am Ende weder eine zufriedenstellende Lösung für das BAföG. Denn angesichts dessen, dass Sie die Erhöhung einfach mal so um zwei Jahre aussitzen, scheinen Sie die Lebensrealität der Studierenden nicht so richtig vor Augen zu haben. Noch präsentieren Sie hier eine Lösung für die Finanzierung von Bildung insgesamt. Das hätten aber alle, die Studierenden genauso wie die Schülerinnen und Schüler und wie die Kita-Kinder verdient. Vielen Dank. Für die SPD-Fraktion hat nun Thomas Oppermann.